Sie hören Jill Childs, das Klippenmädchen, gelesen von Jasmin Schauden, übersetzt aus dem Englischen von Nina Restemeier, erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Prolog Ich liege im Dunkeln auf dem feuchten, borstigen Gras und muss mich anstrengen, um die Felsen und die Brandung unter mir auszumachen. Salziger Wind schmirgelt mir übers Gesicht. In der Abendstille steigt das Donnern der Wellen laut zu mir auf. Ich kann das Meer nicht sehen, aber ich weiß, es ist ganz nah und wartet auf mich, wie der Tod. Ein unermessliches Nichts, der Rand der flachen Erde. Zwischen den dünnen vereinzelten Wolkenfetzen, die über mir vorüberziehen, kämpft der Mond darum, sich zu erneuern. Andere Menschen würden sich daran erfreuen. Schau mal, der Mond, wie schön. Er erinnert mich immer daran, wie gut wir es haben, wie gesegnet wir sind. Andere Menschen vielleicht. Ich robbe vorwärts, bis mein Kopf über den Abhang ragt. Wo die Wellen gegen die Felsen schlagen, blitzen hier und da Schaumkronen auf. Ihr Echo haltt nach, bevor es wieder still wird. Ich könnte springen. Bei der Vorstellung setzt mein Herz aus. Ich spüre förmlich, wie ich einen Satz ins Nichts mache. Ein paar endlose Sekunden fühlt es sich an wie Fliegen. Die Beine strampeln in der Leere, die Arme weit ausgebreitet. Unten lauern die Felsen, Krokodile mit aufgerissenen Mäulern. Ich sehe mich selbst dort unten, wie ich mit zerschmettertem, verdrehtem Körper und gespaltenem Schädel darauf liege. Vorsichtig krieche ich vom Abgrund zurück, lege den Kopf auf den Unterarmen ab, schließe die Augen. Das Blut rauscht mir in den Ohren und ich warte, konzentriere mich auf meine Atmung, bis sie sich langsam wieder beruhigt. Ich bin noch da. Körper und Seele, noch immer eine Einheit. Das ist eine Erleichterung, eine Offenbarung. Aber wie lange noch? Und plötzlich weiß ich es. Während ich zitternd und schwach auf dem rauen Gras liege, purzeln die Ideen in meinem Kopf durcheinander. Noch einer und noch einer und ein Plan entsteht. Mein Plan. Ich werde mich rächen. Es gibt einen Weg. Wieder beschleunigt sich mein Atem. Hitze steigt mir in die Wangen. Bald, wenn meine Kraft zurückgekehrt ist, werde ich von dieser Klippe fortkriechen und nach Hause gehen. Ich werde mir die nassen Sachen ausziehen und mich in einen Morgenmantel kuscheln. Und wenn meine Hände nicht mehr zittern, werde ich den Laptop einschalten und meiner alten Freundin Sophie eine lange E-Mail schreiben, auf die sie reagieren muss. Ich werde sie zu uns einladen. Werde sie drängen. Noch nicht, solange es ihrem Vater so schlecht geht, aber so bald wie möglich, wenn sich die Wogen in ihrem Privatleben geglättet haben. Sophie, meine Liebe, würdest du mir diesen Gefallen tun? Ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist gekommen. Ich drehe mich auf den Rücken und spüre den kühlen Wind auf dem Gesicht, auf meinem Körper. Als ich die Augen öffne, blicke ich in gleißende Helligkeit und ich bin so geblendet, dass Flecken und seltsame, wabernde Formen vor meinen Augen tanzen. Und als ich blinzle, bewegen sie sich und flimmern. Und es fällt mir schwerer denn je zu unterscheiden, was echt ist und was nicht. In meiner letzten Nacht zu Hause, der allerletzten in dem Häuschen, in dem Mom, Dad und ich so lange gewohnt hatten, träumte ich wieder von dem Mord. Ich schreckte aus dem Schlaf, lag schwitzend und stocksteif da und starrte mit weit aufgerissenen Augen an die Decke, an der die dünnen Schatten, der im Wind schwankenden Bäume draußen zuckten. Mein Herz pochte. Ich schreckte aus dem Chalfen. Ich schreckte aus dem Schlaf, lag schwitzend und lotzende Bäume draußen zuckten. Ich schreckte aus dem Schlaf, lag schwitzend und schreckte aus dem Schlaf, lag schwitzend und starrte.